Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Heute steht ja für uns das letzte Hundertenspiel der Saison auf dem Programm gegen Kreuter Fürth. Danach ist Winterpause und natürlich gibt es auch genau darum sehr viel zu besprechen. Denn wir reden heute noch einmal ganz genau über Kenan Karaman, denn der hat ein spannendes Interview gegeben, wo es auch unter anderem darum geht, dass sein Ziel auch weiterhin ist, mit Schalke aufsteigen zu wollen. Ansonsten blicken wir auch mal ganz genau auf Timo Baumgartel, denn auch dort gibt es aktuelle Aussagen zu seiner Verfassung, zur Leistung und eben auch zur Prognose, ob er bei Schalke bleibt und sich doch noch durchsetzen könnte. Und dann wäre da auch noch Brian Lassem, über den wir hier und heute diskutieren werden, ob er vielleicht sich auch dann in den nächsten Spielen so verbessern wird, um tatsächlich noch eine krasse Stütze für Schalke im besten Fall werden zu können. Somit sind das also die aktuellen S04 News des Tages. Schaut auch gerne auf Schalke Inside Clips, da gab es gestern die ausführliche Vorschau auf Fürth. Auch das lohnt sich natürlich heute nochmal da vorbeizuschauen. Also jetzt geht es hier auf jeden Fall los mit den aktuellen S04 News. Und beginnen wir mit Brian Lassem, der ja unter Karel Gerrads ganz klar gesetzt ist im Sturmzentrum. Gerrads war ja von Anfang an Fan von ihm als Spielertypen. Und deswegen vertraut er ja auch ganz klar auf Lassem. Natürlich ist aber hier auch ein Spieler mit dabei, der vor allem von uns Fans durchaus kritisch gesehen wird und auch erneut gegen Hansa Rostock nicht sein bestes Spiel abgeliefert hat. Lassem kam ja im Sommer ablösefrei von Arminia Bielefeld. In der Sommervorbereitung gab es ja bereits diese Aussage von Thomas Reis bezüglich der Lederallergie, wo eben da schon jedem klar geworden ist, technisch muss Lassem noch extrem nachlegen. Und unter Karel Gerrads ist das sicherlich auch weiterhin ein großes Problem. Und auch sein Kopfballspiel sorgte immer wieder für Diskussionen. Erst recht, wenn man eben sieht, wie leichtfertigt er diese zwei Chancen gegen Hansa Rostock vergeben hat. Und natürlich waren das Chancen, wo auch Lassem selber nach dem Spiel ganz klar selbstkritisch war. Und das fand ich auch gut, denn er hat nochmal gegenüber der Watz folgendes gesagt. Das müssen zwei Tore sein. Ich bin natürlich nicht glücklich, das ist hart für mich. Aber ich freue mich natürlich über die drei Punkte. Denn für Lassem ging es eben dann aus dem hohen Norden zurück mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Denn generell war natürlich unsere Mannschaft zufrieden, dass sie eben das Spiel gegen Rostock gewinnen konnte. Aber vor allem auch Lassem war natürlich ein Spieler, der mit seiner eigenen Leistung nicht komplett zufrieden sein konnte. Und ich finde das Thema Brian Lassem wirklich spannend. Denn als er natürlich im Sommer aus Bielefeld gekommen ist, hatten wir ja eigentlich noch ganz klar mit dem 4-3-3-System geplant. Er kam ja so ein bisschen als Flügelspieler-Alternativ. Und für mich war es ein Transfer ohne großes Risiko mit dem klaren Wissen. Okay, da wird er dann der Backup von zum Beispiel Marius Blüter sein. Den schmeißen er in der Schuss für die Stunde nochmal rein. Da kann er vielleicht mit seinem Tempo und seiner Füße erst recht wichtig sein. Und dann wurde er ja bedingt durch die Abgänge, durch keine weiteren Transfers direkt wichtiger, als man es vielleicht ursprünglich gedacht hat. Und ich finde da lag auch so ein bisschen das Problem an der Erwartungshaltung rund um Brian Lassem. Denn natürlich haben wir hier auch immer noch einen 25-jährigen Spieler, der weiteres Potenzial mitbringt. Aber der natürlich auch so langsam sicherlich dann mal zünden muss unter Karel Gerrads und endgültig zünden muss, um seinen Stammplatz auch rechtfertigen zu können. Klar, seine Scorer-Werte mit drei Toren und zwei Vorlagen in zwölf Zweitligaspielen sind mehr als okay. Also ich finde, da kann man ihm gar nicht mal einen so großen Vorwurf machen. Die waren aber beispielsweise auch bei Aminia Bielefeld in der vergangenen Saison sehr, sehr gut. Also auch daran sieht man, es sind halt dann nicht nur die reinen Scorer-Werte, die die Bedeutung für die Mannschaft in Aussicht stellen, sondern eben auch die klaren individuellen Leistungen auf dem Platz. Und dazu hat er nochmal Karel Gerrads bezüglich Lassem geäußert. Es müssen zwar Tore sein, das wäre natürlich ideal gewesen, aber ich bin glücklich, dass er in solchen Szenen präsent ist. Nun muss er noch den letzten Schritt schaffen, um auch wirklich zu treffen. Und ja, da bin ich auch durchaus bei Karel Gerrads, wenn es Lassem schafft, genau aus solchen Situationen dann auch Tore zu machen, dann sind wir sicherlich alle glücklich und dann bin ich auch gerne dabei und sage, okay, ich habe ihn zu stark kritisiert. Und da bin ich echt mal gespannt drauf, weil ich habe auch gestern noch einen Kommentar gelesen, hier bei meinen Videos und da hat einer auch geschrieben, bei Kenan Karaman war es eben schon so, dass viele einsehen mussten, dass die Kritik zu hart war. Und jetzt ist er ein wichtiger Spieler, bei Lassem wird das bald auch passieren und ich hätte da überhaupt nichts gegen. Aber wir sind eben auch einfach in einer Situation, wo eben dann solche Dinger wie gegen Rostock einfach ins Tor müssen. Also da war eben dann das Gute, dass wir uns noch weitere Chancen herausgespielt haben. Und zum Beispiel heute gegen Fürth können wir uns eben dann solche, ja so ein Chancenwucher, übertrieben gesagt, eben nicht leisten. Und das ist für mich eben auch ein wichtiger Faktor, dass wir eben nicht in der aktuellen Position sind, wo wir uns solche Entwicklungsschritte bei Stammspielern erlauben können. Da muss einfach noch ein Ticken mehr kommen. Aber es ist auf jeden Fall schon mal gut, dass Lassem ein Spieler ist, der das auch selber einsieht, der selbstkritisch ist, der Woche für Woche auch in Gerrads Büro kommt und Videoanalysen machen will. Das habe ich auch schon gehört und das finde ich wirklich gut. Und ich würde es ihm wirklich wünschen, dass da jetzt auch so langsam mal der nächste Schritt eintritt. Und auch über einen anderen Sommer-Neuzugang mit Timo Baumgartel können wir hier und heute ein bisschen reden. Denn auch auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Fürth war unsere Nummer 25 ein Thema. Denn Baumgartel kam ja im Sommer mit Riesenerwartungen zu Schalke 04. Er selber wollte Führungsspieler und Abwehrchef werden. Auf Schalke hatte jeder auch diese Erwartungshaltung an ihm und auch wir Fans wussten, da kommt ein Bundesliga-erfahrener Innenverteidiger. Das ist eine Soforthilfe und der sollte doch eigentlich unsere Abwehr stabilisieren. Gut, es ist am Ende ganz anders gekommen. Natürlich gab es das Interview rund um die Entlassung von Thomas Reiß, aber vor allem auch einfach seine sportlichen Leistungen waren nicht gut. Und dann hat er ja im ersten Spiel unter Karel Gerrads in der Startelf gestanden und seitdem gar nicht mehr. Es gab einen Kurzeinsatz gegen Nürnberg, was glaube ich viel mehr aber dann auch nicht. Und deswegen hat mich auch beispielsweise die überrascht oder die Medienberichte überrascht von Sky, die auch besagt haben, nee Baumgartel, der will auf Schalke bleiben. Der hatte gute Gespräche mit Gerrads, da ist wohl eine gute Beziehung vorhanden. Auch die Bild hatte ja noch einmal gemeldet, unabhängig ob jetzt Schalke Baumgartel abgeben will oder nicht. Baumgartel will auf jeden Fall bei Schalke bleiben. Und diese Aussagen haben mich dann schon in der Richtung sehr stark überrascht, weil er aktuell wirklich gar keine Rolle spielt. Aber Karel Gerrads hat das nun noch einmal auf der Pressekonferenz begründet. Im Fußball geht es manchmal um das Momentum. Es gibt Konkurrenz. Thomas schlägt sich sehr gut und entwickelt sich von Woche zu Woche weiter. Von Spiel zu Spiel wird Thomas besser. Denn, und das ist eben auch klar, das Momentum, wie Gerrads sagt, spricht einfach aktuell gegen Baumgartel, weil er zufrieden damit ist, wie sich in den letzten Wochen Kallas und Kaminski auch gemeinsam in der Innenverteidigung präsentieren. Und trotzdem ist aber natürlich klar, dass die Lage für Baumgartel alles andere als einfach und auch nicht zufriedenstellend ist. Und natürlich ist das auch mental durchaus schwer. Aber Gerrads hat auch da Baumgartel nochmal ganz klar gelobt. Vor einigen Wochen hat es bei Timo im Kopf einen Switch gegeben. Timo ist ein toller Profi, der sich großartig verhält. Im Training ist er immer einer der Besten. Er zeigt eine tolle Einstellung. Und unabhängig davon, was er eben auch hier ähnlich wie bei Lassem von den Spielern hält, von seinen bisherigen Leistungen hält, finde ich es auch hier wirklich positiv und vollkommen gut so, dass Baumgartel da jetzt auch keine schlechte Stimmung macht. Weil noch einmal, die Erwartungshaltung war eine ganz andere, vom Spieler sicherlich auch selber. Jeder hätte sich das Schalke-Kapitel ein bisschen anders erwünscht. Und trotzdem meckert Baumgartel nicht, gibt in jedem Training, wie man eben auch hört, alles, schmeißt sich rein. Stellt sich in den Dienst der Mannschaft und das überrascht mich dann schon in einer gewissen Art und Weise. Aber natürlich ist das generell für Schalke auch positiv und das sieht auch Karel Gerrads so. Nicht, weil Timo einen großen Namen hat, sondern weil er im Training immer wieder zeigt, welche Qualitäten er hat. Einen Spieler mit dieser Einstellung auf der Bank zu lassen, ist schwer. Ja, trotzdem sieht eben auch Gerrads darin ein Luxusproblem. Wenn ich Timo auf der Bank habe, kann ich ihn mit verbundenen Augen bringen, hat die Watz hier nochmal unserem Trainer zitiert. Und ich bin echt mal gespannt, in welche Richtung es bei Baumgartel geht. Denn dass er im Akt unter Gerrads so gar keine Rolle spielt, finde ich wirklich überraschend. Überraschend, gepaart eben auch mit diesen ganzen Aussagen. Und trotzdem sind wir uns da sicherlich alle grundsätzlich einig. Die Qualität, uns in der zweiten Bundesliga enorm helfen zu können, die hat Baumgartel. Also sonst hätten wir im Sommer den Transfer nicht so abgefeiert, übertrieben gesagt. Und da steckt natürlich in dem Jungen wirklich viel Qualität. Aber rein von der Ausstrahlung vor allen Dingen auch, rein von der Sicherheit, hat er das einfach bislang noch überhaupt nicht gezeigt in der zweiten Liga. Und da bin ich echt mal gespannt, wie es jetzt über den Winter weitergeht. Denn auch gegen Fürth heute wird er sicherlich nicht in der Startelf stehen. Außer es gäbe noch irgendwie eine kurzfristige Verletzung bei Kaminski oder Kalasch. Glaube ich aber nicht dran. Sprich, er wird wieder auf der Bank sitzen. Und wenn alles normal läuft, wird er auch wieder nicht wirklich viel spielen. Und dann ist erstmal Winterpause. Da kann sich natürlich auch sehr viel bewegen. Deswegen würde ich einen Abgang von Baumgartel auch weiterhin mal prinzipiell nicht ausschließen. Aber wenn man jetzt eben auch diese ganzen Aussagen hört, kann ich mir schon vorstellen, dass man tatsächlich erstmal die Wintervorbereitung abwartet und vielleicht auch den Rückrundenstart. Und dann mal guckt, in welche Richtung sich die ganze Geschichte entwickelt. Denn vielleicht wird es ja auch Timo Baumgartel oder auch einem Brian Lassum so gehen wie Kenan Karaman, der vor einem Jahr als klarer Transferflop abgestempelt worden ist. Und auf einmal unser wichtigster Spieler ist in der zweiten Bundesliga. Und Karaman war nun in einem Interview mit der BILD und hat da auch mal wirklich sehr interessante Einblicke gegeben. Eben auch unter anderem darauf, warum er aktuell aus seiner Sicht so gut funktioniert. Ich fühle mich wohl und ich bin fit. Genauer gesagt ist es so, ich bin ein Typ, der privat Ruhe und auf dem Platz Freiheiten braucht. Wenn ich mich mental wohlfühle, kann ich meine absolute Top-Leistung zeigen. Das war in den ersten Monaten auf Schalke nicht so leicht. Ich kam am letzten Tag des Transferfans aus der Türkei, bin Vater geworden und umgezogen. Das hat mich schon beschäftigt. Die Wende kam mit meinem Derby-Tor gegen Dortmund, nachdem ich vorher schon positives Feedback für meine Arbeit im Training bekommen hatte. Und genau das war ja auch wirklich bei Karaman ein wirklicher Schlüsselmoment, wonach wir Fans auch gesagt haben, oh okay, da steckt wohl doch eine gewisse Qualität in unserer Nummer 19. Auch generell im Saisonschlussspurt war er auch dann Spieler, der schon da gute Ansätze gezeigt hat. Und erst recht jetzt in der zweiten Bundesliga mit fünf Toren und vier Vorlagen in elf Spielen ist er schon unglaublich stark. Und auch da nochmal der vergleichte Ziel zu Brian Lassem, was die Scorer-Werte angeht. Bei Karaman geht es ja auch noch darüber hinaus. Er ist immer anspielbar, er ist sehr ballsicher, er hat Ideen, er ist ein Kreativspieler für uns. Und damit auch einfach aktuell überhaupt nicht zu ersetzen in unserer Offensive. Und dadurch kam ja auch das Thema auf, auch bedingt durch die Sommer-EM, ob Karaman vielleicht den Winterschalke verlassen könnte, um in einer ersten Liga zu spielen. Und da hat Karaman auch mal Folgendes zugesagt. Ich konzentriere mich voll und ganz auf die Rückrunde. Ja, ich kann sagen, dass ich hier bleibe. Hat Karaman somit nochmal seine Aussage verdeutlicht von vor ein paar Tagen, wo er gesagt hat, ein Wechsel war und ist für ihn kein Thema. Jetzt also nochmal die Ergänzung. Er kann auf jeden Fall sagen, dass er bei Schalke bleiben wird. Und somit können wir hier auf jeden Fall schon mal sagen, Kenan Karaman bleibt Schalker. Und sein Vertrag läuft dann noch bis 2025. Und da hat ihn die BILD auch gefragt, ob er sich denn vorstellen kann, auch ein weiteres Zweitliga-Jahr auf Schalke zu bleiben. Mein erster Ansprechpartner wird auf jeden Fall Schalke bleiben. Ich will auf jeden Fall dazu beitragen, dass er vor allem langfristig wieder in der ersten Liga spielt. Und wenn man mich als Teil davon sieht, bin ich offen dafür. Und ganz interessant, finde ich, ist auch dann nochmal die Aussage von Kenan Karaman, dass er auch nochmal klar gemacht hat, was für ihn die Gründe dieser schwachen Hinrunde sind. Glauben Sie mir, manchmal sitzen wir in der Kabine und fragen uns selbst, wie das passieren konnte. Wir hatten aufgrund von Verletzungen gefühlt in jedem Spiel eine andere Elf auf dem Platz. Vielleicht machen auch manchmal die Köpfe wegen des Drucks nicht frei. Sehr viel spielt sich manchmal mental ab. Ich denke nicht, dass es an fehlender Qualität liegt. Und deswegen ist auch für Kenan Karaman klar, dass diese Saison noch ein bisschen was drin ist. Das Spiel gegen Kreuter führt ist erst einmal wichtig. Darauf liegt der Fokus. Persönlich habe ich immer noch ein bestimmtes Ziel im Herzen, aber ich bin auch sehr realistisch. Wir müssen jetzt klettern. Dann schauen wir, was noch möglich ist. Und da kann man natürlich auch ein bisschen interpretieren, was Karaman damit meint. Und die Bild hat ihn auch darauf angesprochen, ob er denn vielleicht aufgrund der aktuellen 9-Punkte-Rückstände auf Platz 3 dann doch noch vom Aufstieg träumen würde. Träume geben die Richtung vor. Wenn man als Fußballer nicht träumt, schafft man es nicht nach oben. Aber Karaman hat auch nochmal klar gemacht, dass er der Mannschaft das schon zutraut, aber auch realistisch bleibt. Grundsätzlich ja, aber nochmal, ich kann die Situation realistisch einschätzen. Es geht nur Schritt für Schritt. Und ich finde es erstmal gar nicht verkehrt, dass Karaman intern oder für sich selber das klare Ziel hat, mit Schalke aufsteigen zu wollen und auch immer noch davon träumt, dass das vielleicht in der aktuellen Saison passiert. Für mich ist aber auch klar, dass das eine Herangehensweise ist, ein Gedankengang ist, der okay ist, aber der auch wirklich gepaart sein muss mit diesem Realismus, den Karaman für mich eben auch verkörpert. Denn ja, wir haben 9-Punkte-Rückstand auf Platz 3. Es ist in der 2. Bundesliga schon sehr viel passiert, aber wir sind eben auch nur 3 Plätze weg von Tabellenplatz 16. Und das ist einfach der Bereich, wo wir uns aktuell bewegen, wo wir auch heute selbst wenn wir gewinnen würden, gegen Fürth noch nicht weg sind. Und das ist erstmal das Wichtige. Wenn wir dann die ersten 5 Rückrundenspiele gewinnen und auf einmal auf Platz 7 stehen und nur noch 6 Punkte Rückstand haben, beispielsweise, ich finde dann kann man über sowas vielleicht auch nochmal ernsthafter reden. Für mich persönlich als Fan ist das aber überhaupt kein Thema. Also für mich ist der Aufstieg so weit weg in der aktuellen Saison. Für mich ist Abstiegskampf angesagt, erstmal Stabilität reinbekommen, sich vernünftig aufstellen für die Rückrunde. Aber natürlich, und das finde ich auch vollkommen okay, ist träumen erlaubt, wenn eben auch dann unsere Spieler die nötige Packung Realismus mit dabei haben. Und das hat Kenan Karaman und deswegen wirklich interessante Aussagen von ihm hier rund um die aktuelle Situation. Und somit sind das also die aktuellen S04 News des Tages. Schaut wie gesagt auch gerne auf Schalke Inside Clips vorbei. Somit geht es dann gleich auch für mich Richtung Stadion. Ich freue mich sehr auf unser letztes Heimspiel und unser letztes Pflichtspiel in diesem Jahr 2023, in dem ja auch auf Schalke sehr viel passiert ist. Somit wird es auch von mir heute Abend natürlich noch einen Stadion-Vlog geben auf Thiele Football. Schaut auch dann gerne heute Abend dort vorbei. Und hier auf Schalke Inside sehen wir uns dann morgen wieder. Macht es gut, ciao! Und Glück auf! An alle Schalker! Schalke Inside Clips und Schalke Inside Clips